An B&R schätze ich besonders, dass es, obwohl es ein international tätiges Unternehmen ist, wir in kleinen, flexiblen und dynamischen Teams arbeiten können. Die Dynamik von B&R eröffnet immer wieder neue Karrierechancen. Grundlagenforschung, modernste Technik und herausfordernde Aufgaben, das ist mein Job bei B&R. Kunden sind von unseren Produktionsanlagen beeindruckt. Made in Austria, wo gibt es das noch? Das Spannende ist die Dynamik, die ständigen Veränderungen und die Möglichkeit, mit dem Unternehmen mitzuwachsen. Mein Team und ich stellen die Verfügbarkeit unserer IT-Anwendungen weltweit sicher. Ich bin sehr viel mit dem Rucksack in der Welt unterwegs, deswegen fände ich es einfach genial, es mit der Arbeit kombinieren zu können und mit den Kunden aus unterschiedlichsten Ländern zusammenzuarbeiten. In meinem Team arbeiten wir junge und erforderliche Kollegen von verschiedenen Ländern. Wir vertrauen uns alle und wir arbeiten zusammen sehr gut. Unsere Technologie in internationale Märkte zu bringen und Kunden weltweit zu begeistern, das ist eine spannende Aufgabe. Unsere Jobs sind auf Langfristigkeit angelegt. Deshalb investiert B&R viel in die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erlebe Technik. Erlebe B&R. Join the Automation Team. Erlebe B&R.